Weil ich es ja eh noch schöner mache. So muss ich hin, 1,5 Kilometer zum Händler, dann fahren wir da mal hin. Easy Rider. Hallo. 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 Das müssen wir auch noch pneumatisch machen. Pneumatisch? Ja. Das haben meine Kinder früher immer gesagt, so automatisch, pneumatisch. Danke, Droni, habe ich auch gemerkt. Jetzt zahl doch mal nicht so zu Droni. Ich muss mir noch einen schönen Namen überlegen für Droni. Glaub ich nenne ihn Klaus oder so. Oder Kevin. Kevin haben wir schon, das ist schon ein Zombie. Ach stimmt. Olaf. Olaf. Gundula. 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 Wir haben doch hier von Ariel, ne? Ist die Gundula? Ne. Ja, doch. Gundula. Bin ich mir ziemlich sicher. Ist die Gundula echt? Gundula? Gundula? Gundula Gause, aber. Ist die Gundula? Ne, Gundula Gause ist ein Nachrichtensprecher. So. Gundula, ich bin mir sicher, also Hexe da Gundula. Ist die Gundula? Ursula. Ursula heißt die Hexe. Danke. Danke. Ursula. Ist ja fast mit Ihnen. Ursula. Bobs. 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 Ne, Bobs. Entschuldigung. Bobs gelesen, da stand aber Bobs. Das war aber eben. Ja, bei mir auch. Warum liegen hier denn schon wieder Spikes? Wir hatten hier schon wieder Spikes hingestellt. Ich nicht. Ah ne, der hat noch gar nicht offen. Der hat noch gar nicht offen. Oh. Ernsthaft? Ja. Hallo. 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 Hallo hab ich gesagt. Ich hab Hallo gesagt. So. Äh. Noch einer ungefähr. Wobei mein Namen sind. Heribert Schneck und Herionimus Schnickschnack finde ich gut. Heribert Schneck. Her... Her... Heronimus Schnickschnack. Kann er ja nicht ausbrechen können. Alter. Boah, der ist doch eigentlich so unten früher. Kommt man denn auf seinen Namen? Aber die sind geil. Schnickmeckschnack. Schnickschnack machen. Schnickschnack. Klikklack. Klikklack. Die Schwammelbacke. Schwammelbacke. Die kleine süße Schwammelbacke. Arnold. Arnold. Arnold, du bist ja für Feuer und Flamme für mich. Arnold erinnert mich immer an Hey Arnold, kennst du das noch? Hey Arnold. Das lief früher auf Nickelodeon. Das lief früher. Wann liefen das denn? Anfang 2000er glaube ich. Oder? Hallo. Hallo. Ja, ich weiß, du bist schon 80, tut mir leid. Hast du mir auch so gemacht. Ja, bist du auch schon 800 Jahre alt. Habe ich vergessen. Du hast mir an ganz andere Sachen gedacht. Ja. Tarsi. Ein Hieronymus. Schnickschnack. Denkst du da auch noch? Das höchste Gefühl war vielleicht mal so Spongebob-mäßig. Spongebob-Schwammkopf. Aber auch nur, wenn du vollgesoffen warst und in der Ecke da hast. Du sollst übrigens übrigens auch Zombies dann looten können. Bei der neuen Version. Ach, das ist auch ein Heimer. Ja. Das ist eine gute Idee. Bäume bräuchte ich auch mal wieder. Ich brauche mal wieder Holz. Ich habe nicht mal viel einstecken. Ich habe 10.000. Ja, ich habe alles verheizt. Alles verheizt hier. Ich habe Eier im Juck. Oh, schon wieder Geld bei der Hand. Hast du Eier gefunden? Endlich. Endlich hat Frosty seine Eier gefunden. Deine? Meine? Die kannst du nicht finden. Die sind ganz, ganz, ganz tief versteckt. Die sind Moro-Sophil-Fleine. Ja, richtig. Da brauchst du eine große Lupe dafür. Hey, Arnold war lustig. Das Monobro-Mädchen war strange. Hatte die nicht eine Büße von Arnold das Hahn in ihrem Schrank gebaut? Wie viel heimlich in ihm verknallt? Wie viel heimlich in ihm verknallt? Ja, ich glaube auch, ne? Irgendwas war. Die war heimlich in ihm verknallt. Hä? Was ist das denn? Hey, Arnold heißt das? Ja, das war dieser Baseball-Kopf, Junge. Der hat so einen Kopf gehabt wie so ein Baseball-Form. Hey, Arnold. Ja, stimmt. Die hat immer so getan, als ob sie ihn scheiße fand, aber war heimlich in ihn verliebt. Stimmt, ja. Okay, also die Figur hab ich mal irgendwo gesehen. Wie er nix kennt, ey. So, ich spalte Arnold jetzt die Ritze. Was machst du? Ich hab Arnold die Po-Ritze gespalten. Hm, du weißt, dass er sie nicht wäscht, ne? Ja. Hm. So, wann ist denn jetzt 6 Uhr? Wie lang dauert denn das hier noch? Halbe Stunde noch. So viel Zeit hab ich nicht. Liegen hier nicht Mienen rum? Na? Komm, Bob. Bob, der Baum also. Bob the Builder, ja. Bob the Builder, bei dem gibt's Gefilde. Bob, Bob. Weg. 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 Brauchen die das noch hier, ne? So, solange wir die brauchen, guck ich mal kurz bei den Nachbarn, was es Neues gibt. Hallo. Ich bin Tine Wittler. We are not alone. We are not alone. So. Wir brauchen alles. Hallo? Niemand hier? Ist anybody da? No. No. Alle ausgeflogen. Alle ausgeflogen. Alle ausgeflogen. Keine Ah! Huch. Damit hab ich nicht gerechnet. Ja. Wie immer. Ja. Damit hab ich nicht gerechnet, dass der geht. Oh, hier ist Zement. Zement! Aha, ich wusste es ja. Was wusstest du? Das war was verschlechtes. Ist denn hier einer? Hallo? 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 Ist ja ekelhaft. 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 Ein 5er Double. Ein 5er Double. Ein 5er Double. Double shotgun. Achso. So. Aber da brauch ich die schon, ne? Ich nicht. Ja auch nicht. Ganz verkaufen. Ich hab lieber die Doppel. Äh die. Ne. Die Pumpgun. Die Pumpe. So, was haben wir hier schönes drin? Oh, geil! Nix gescheites. So, verkaufen. Kann man die verkaufen auch. Scrappen, Scrappen, Scrappen. Die kann man trinken. Das kann man auch verkaufen. Alles abgebaut. Alles abgebaut. Bleibt nix stehen. So. Let's go. Händler. Ich komme eh. Hat der schon offen? Ich hab noch nix gehört. Nein, der ist gleich. Oh, ich nehm nochmal ein bisschen Zeug mit. Hallo. 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 Hi, das ist Feral. Hallo. Hallo. Ich nicht. Ich hab nie. Ich hab nie. Ich hab nie. Ich bin normal. Na ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Als ob wir zwei normal sind, jetzt mal ganz im Ernst, also ob wir zwei normal wären, das ist ja wohl mehr wie gelogen. Der Heini? Oh, hier kommt noch gleich hier. Jan, ich bin da. Nee, Droni, du bist es noch. Ach, ist er schon bei Jan, ist doch schön. Hat er sich schon zu Jan gemacht. Ach, guck mal, wo kommst du denn um die Ecke? Oh, ist er jetzt runtergefallen, ist er jetzt ärgerlich. Ah, mich juckt es im Ohr, ah. Ist ja unangenehm. Am Ohr, ja, mich juckt es am Ohr. Sexy and I know it didi 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 didi. Schaschlik! Wo ist die Jan, da ist die Jan. Oh, da ist ne Badewanne, brauchen die die noch, die sah ja noch gut aus. Wie kann ich dir helfen? Droni, wir brauchen endlich mal die Mod, dass du mich auch heilen kannst, ne? Weil das geht ja so hier nicht weiter, komm ich mir ein bisschen verarscht vor von dir. Droni, Droni, ach mal. Droni, Droni. Was ist mit dich? Nicht, Aschle. Ich rede ja völlig durch. Ja, weg da. Hallo. Oh, was hab ich denn hier? Das ist gut, was der Doktor ordet. Was tut? So, Rehbar mit Hund, sehr gut. Muss auch mal raus, ne? Muss auch mal raus. Ein Hundilein. So, ein Fünfer-Unterhebel-Repetierer. Hab ich ja auch. Ein Fünfer-Militärhelm. Ein Sechser-Stahl-Vorschlaghammer. Oder High-Power. Im Schuss. Im Schuss. 44er Magnum. Hab ich nicht. Wie ist denn der Unterhebel-Repetierer? Schon im Schuss. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist der gut? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Aber ich hab ihn jetzt einmal angenommen. Ich will den mal ausprobieren. 120 hat er. Zack, 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 zack. Der Einflösser ist ja bestimmt nicht schlecht. Naja. Mal gucken. Alles weggeludelt. Alles weggeludelt, ja. Der kleine Lootgeier. Der kleine Lootgeile Sack. Ja. Ja. Ja, warte mal. Ohne, komm mal her. Bereit für G.J. Nimm mal die Kohle hier. Nimm mal das hier. Hä, was? Du siehst, weißt du das? Droni? Broni? Und nochmal Droni? Neidi? 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 Hä? Schön. Freut mich sehr. Freut mich wirklich. Ja, ist doch schön. Können dir, Bruder. Können dir. Damit du auch mal Freude hast. Was? Also die Jen hat ja wirklich nur... Scheiße. Wolltest du jetzt nicht sagen, aber... Ähm, Absturz. Absturz? Dein Rechner. Oder Spiel? Nein. Das Spiel ist abgestürzt bei mir. Und OBS. Okay. Ja. Ich bin auch da. Ich hör dich auch noch. Du bewegst dich auch noch. Das Spiel ist auf jeden Fall abgestürzt. Also muss er irgendwie am... Ich weiß nicht, am... ...dass... 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 ...sack... ...oh man, ey. Hauptsache, das Spiel ist noch arm. Ja. Das stimmt. So, bezeitige Zombies im Restaurant. Oh, ich würde dich küsse, Bruder. Ja, haha. Ja, ich würde dich küsse, aber... ...mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Was? Ja, sie gesagt, sie würde mich küssen, aber... ...jaja. Immer diese Ausreden, aber. Ich würde dich ja küssen, aber. Ja. So, 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 so. Warte mal kurz. Ach, du, schnell, Ado. Spiel, du. Ich versuche sie. Eine Frau hat mir gerade eine WhatsApp geschippt. Du machst meine Frau die ganz heiß, man. Einfach so. Kann man nicht mal in Ruhe staubsaugen hier. Staubsaugen? Kennst du wieder nicht, ne? Kennst du wieder nicht. Das war ja nicht die Werbung. War auch Werbung, ne? Ne. Habt ihr da nicht auch eine Werbung? So, hier. So, werden wir mal intim hier. Lass uns mal intim werden hier. Warte. Du bist ganze 6 Meter entfernt. Was ist das los? So, lass uns mal ein bisschen beeilen jetzt. Weil? Der Horsel. Wo bist man hin? Ich bin jetzt einfach durch die Spikes gefahren. Da hinten bist man hin. Ich freue mich einfach mal. Folgen sie mir unauffällig. 1,2. Eine 4er Quest. Ja, ist ja auch vor mir. Warum ist mein Moppet so langsam auf einmal? Ich kann keine Sorgen mehr geben. Warum das denn nicht? Sprit wahrscheinlich fast leer. Ne. Keine Ahnung. Hallo, ich hab 7er Cent. Brauchen wir die Motts für die Karren? Können wir Motts dafür herstellen? Da gibt es ja hier mit weniger Spritverbrauch, schneller fahren. Die 2-Sitzer-Mod. Dann können wir mit einem Moppet fahren und und und. Ich hab doch eine Ahnung. Ich bin doch keine Maschine. Warum habe ich halt so geblieben? Was ist denn los? Shift kaputt. Äh. Nein. Oh, feststellt. Ja. Ach, sie feststellt, dass sie gedrückt ist. Ja, fahren mal hintereinander. Dann kommt doch die Meldung. Ach ja, dann kommt die Meldung. Ja, das ist. Alter. Das ist echt schrecklich. Was hat's gemacht? Da fahren sie einfach vom Himmel. Ja. Hä? Ich meine, wie das ich Hunger habe. Hunger musst du was essen. Nee, ich bin viel leicht. Ja, musst du was essen. Nee, mach ich nicht im Spiel. Mach dir mal so einen schönen Ess-Stream, wenn dir so schön was fettiges, versifftes ist. So schön mit mh. Bei mir ist das Essen sowieso schon so schwer immer. Und dann. Nee, nee. Du musst halt was Leichtes kochen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, ich hab's nicht mehr, dass ich irgendwie in den Spruch habe. Einmal mit normalen Menschen. Nur einen. Fünf Minuten. Einmal, nur einmal, ne? Ja, nur fünf Minuten. Das wär so schön. Das wirst du bei mir niemals erleben. Niemals. Nee. Absolut nicht. Wer darf denn noch? I-BIMS? Also warum hab ich noch einen Gebietschutzblock? Kann ich zwei setzen? Ich hab noch einen Gebietschutzblock ausgesteckt. Wo bist du denn? Hier. Nee. Aufhör, aufhör. Wo bist du denn? Bei der Mission. Hä? Du bist 160 Meter von mir entfernt. Du bist bei deiner Mission. Ach so, Entschuldigung. Die kann ich auch mal eben zeigen. Ja. Soll ich zu dir kommen oder du zu mir? Meine Senses haben etwas bekommen. So ein schöner Auflauf, was Keller aßen und Wattwürmer überbacken mit geriebenen Winterkirschen. Kann man sich mal gönnen, Rinser. Also jedem seins. Ja. Jem seins. Oh, ich hab was zu essen gefunden. Jem seins. Wenn du sowas magst, Rinser. Ich gönne dir das von Herzen. Ich gönne dir das von Herzen. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber... Warum nicht? Nicht? Nee, jetzt nicht unbedingt. Ich gönne dir das von Herzen. Ich gönne dir das von Herzen. Wie er wieder eskaliert? Wo ist er denn jetzt? Ich hab mir. Erscheinen langt doch. Wie oft noch. Ich hab mir eigentlich Repair-Kinze dabei. Reparieren. Ja. Reparieren. 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 Sodele. Hä? Sodele kommodele. Was wär ein Hoden? Was wär ein Hoden? Du hast ja irgendwas von Hoden gesagt. Sodele kommodele, hab ich gesagt. Keiner hat den Hoden in den Mund genommen. Doch du. Ohne Warte. Ohne Warte. Noch mehr hier. Wimm los hier. Ist alles gut. Ach, kann man es mal. Ja, wir haben es endlich mal geschafft. Das ist doch schön. Nee, ich war schon ganz heiß auf mich. Kommen sie jetzt. Hallo, wir müssen säubern. Ja, ich nehm mich heute. Ich will Monsitionen sparen. Okay, hab ich verstanden. Ich loote ein bisschen. Also komm, im Kopf nehm ich keine. Okay, ich nehm das Säugmähle. Ne, ich wollte. Konfetti, tanz, los, tanz für mich. Tanz mit den schwabbeligen Lombarder. Lampada, Lampada, Lampada. Kokonat, Banna. Ohne, ist was anderes Lied. Noch ein, ein, noch. Ja, komm. Passiere schon 38. Komm, komm, du hängst im Turm. Boah. Du gehörst gar nicht dazu, geh weg. Oh, lalalalalalalalalala. Das war halt ganz geil, völlig. Was singst du denn hier schon wieder rum? Lalalalalalalala. Nanananananana. Das war schnappelig. Was ist denn hier? Kohle, 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 Kohle. Alles abgebaut hier. Das ist doch schön, wenn deine Senses was gepickt haben. Immer diese Gewalt. Ich höre immer nur Gewalt. Du solltest eigentlich nur abbauen, aber okay. Hallo. Lalalalalalalala. Harald Junke. Oh, ich habe Säure gefunden, aber ganz schön viel drin. Wer ist mehlig? Ich. Mehlig oder madig? So mehlig oder madig? Beides. Sag mal, was meint ihr eigentlich, dass ihr euch einfach von hinten anschleicht und von draußen reinkommt? Ihr gehört nicht zu der Quest? Über diese Mitläufer. Was? Hallo. 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 Hallo, ich sagte ich. Oh, hallo, meine Damen und Herren. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch, habe ich gesagt. Säure. Und nochmal Säure. Hauptsache du hast Spaß. Warum ist dir zu? Geh weg. Geh weg. Ich mach das nicht. Machst du das schon. S.M. Was? Hast du gerade gesagt, ich stehe auf S.M.? Ja. Ferkel. Oh, ich kann die Strahlungsinferner-Mod machen jetzt. Okay. Sehr gut. Keine Ausdauer. Noch einer ohne Fahrschein. Ja, ist gleich an. Abbau. Ist ja. Ja, natürlich. Einer muss er hier abbauen, wenn du alles hier liegen lässt. Ich mach die Arbeit. Da könntest du auf mich warten. Wartest denn hier auf mich? Boah, hier unten ist der Hauptblut. Geil. Bis sie aussieht. Leder, 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 Leder. Wir brauchen Leder. Ganz viel Leder. Ich hab wohl gesehen, dass du da stehst, du kleine Mutti. Kleine Mutti. Oh, wo kommt der Kopf denn her? Oh, hallo. Achse im Kopf, Junge. Achse im Kopf. Stecken da rüber. Ab mit ihrem Kopf. Na, noch einer ohne Fahrschein. Warst du schon wieder? Also, oh, hier ist ein Rapp, Rappas holen sie. Mach ich gar nicht lang rum. Ich spiel nebenbei Leder Dangerous. Da schreibe ich mir die. Oh, alles gut. Wer spiel Elise? Herr Kalle. Elise ist geil. Hab ich noch nie gespielt, keine Ahnung. Kann ich nix so sagen. Kann ich nix so sagen. Kann ich nix so sagen. Wer auf seinem Zwischen steht, der liebt das Spiel. Immer diese Fiktion. Schön. Wer ist auch n Ballerei. Hallo. Zieh ich die Achse über den Kopf. So. Ich muss mal ein bisschen heilen hier eben. Wo sind die Gpunkt Eier. Gpunkt Eier?! Die Gpunkt Eier. Wie sind da angerannt gekommen hier. Boah, alter. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier reinkommst. Was ist mit euch? Könnt ihr euch mal dafür entscheiden, liegen zu bleiben? Ich hab vielleicht vorher schon wieder ein bisschen angefangen in dieses Spielen, ja. Boah, ich will auch so eine Lash-Station. Eine Anaconda. Was hast du, eine Anaconda? Ja, und natürlich schon. Hast du zwei? Ja, ich hab zwei. Was? Nee. Ich bin froh, dass ich einen hab. Ich hab auch noch eine Viper M3, so wie hieß das, ne? Eine Viper. Ich hab eine Schlüssel gefunden. Glückwunsch. Ich hab einen Loot gefunden. Wuhuhuhu. Ich hab eine Hütte Dame gefunden. Oh, und eine Rü... Oh, oh. Oh, da sind noch viel mehr. Wo das herkommt, sind noch viel mehr. Oh, ha. Ich hab das. Äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ich würd, ich würd alles hier weg machen. Was denn, was denn? Hau bloß! Hau bloß! Jaaa, er, 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 er ist ja, er, er ist meins. Meins! Ich hab leider nicht immer so viel Zeit, um das Spielen zu spielen. Ich will auch viel öfter spielen wollen. Oh, wir sind hier. Wie viel sollten hast du schon eine Palle? Wie kriegt man hier lilanes Licht? Ich will auch lilanes Licht. Das sieht voll geil aus. Ähm, bär. Ist das Sinn oder? Jaaa. Also, ich hab da die Läser, die Läser, die Läser, die Läser, die Läser, die Läser, so, ich hab hier nochmal 500 Stunden. So, hab ich was richtig Gutes gefunden? Was ist hier drin? Verändern. Master, we are not alone. Oh, diese Drohnen, die macht mich gar nicht. Wo ist denn hier noch einer? Der ist gesponsen, PC und... Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ähm, die Tonsole wird aber nicht mehr weiter im Wichel, hab ich ja schon gelesen, ne? Herr Frosty! Ja. Ich muss mal kurz eine Sekunde weg. Beschütze mich mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Ähm, ne, hab ich gestern gelesen. Die Konsolenversion wird nicht mehr weitergeführt. Dafür wollen sie sich voll auf die PC konzentrieren. Bin ein bisschen schade für die Konsolenspieler. Na gut, ich werde das Spiel auf dem PC. Alleine mit Joystick und Subkontrolle, ne? Ja, ich hab hier nochmal... Hab den... Thrustmaster MK... Äh, ich weiß noch... Ähm... Ähm... TH16000 oder so. Mit Schubkontrolle. Ich finde... Was geil ist, ey. Feeling ist echt gut. Und dann hab ich... Äh, das heißt auch noch mit VR gespielt. Ah... Was... Mach eine Laune. Und wo... Wo sind die denn hier da? Da oben? B formed da. Äh... Der Staubsaugun, war fertig. W... B... Mit nem OB... Was? Warum? Entschuldigung, geht es ja irgendwie raus? Ja, unten der Hauptlootraum. Was soll denn mit mir los sein? Ich bin einfach nur gut drauf. Miley Geil, ne? Miley Geil, was? Miley Geil? Wer ist das, Miley Geil? Miley Cyrus? Miley Cypress. Hier sind Zombies, hier ist alles voller Zombies. GASP! 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 Bis zum nächsten Mal.